Das ist der 27. August 2023 und ich bin also bei leichtem Regen unterwegs und fahre hier gerade an einer Kuhherde vorbei. Und jetzt kann man auch sehen, dass die meisten Kühe für sich alleine grasen. Ganz selten stehen zwei dicht beieinander, eigentlich gar nicht. Hier die zwei, die rotgefleckte und die dahinterstehende schwarzgefleckte, die standen gerade zusammen. Das kann bedeuten, dass das Freundinnen sind und der Rest, der hat immer so seine Privatsphäre und Sicherung. So lieben Sie das die Kühe. Die Kühe Die Kühe Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.